Ja, liebe Jusufreude, jetzt ist ein anderer Lärm. Der Lärm ist vom Quaschen. Und hier, mein Gülle-Luft ist voll, da muss Gülle raus. Ich habe da 1,5 Hektar ein Gehäuse und dort in das Gras Gülle gebracht. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, es wird gegölbt bei Mauerhausen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020